Moin Leute und willkommen zum dritten Teil von Duschback Live. Wir sind stehen geblieben mit diesem tollen Typen da. Ich habe die anderen beiden Teile mal in der Videobeschreibung verlinkt. Die könnt ihr euch angucken, falls ihr die noch nicht gesehen habt. Und wir gehen jetzt erstmal feiern, denn das muss einfach sein. Ich hoffe, wir werden ein paar nette Damen kennenlernen dort. Ich glaube, das ist unsere Nacht. Okay, mal gucken, ob sich die Kohle gelohnt hat. Teamwork, okay. Okay, wir brauchen auf jeden Fall mehr Pimp-Crip und ein getuntes Car und Masse. Und Geld. Wir gehen mal shoppen und kaufen uns ein bisschen Pimp-Crip. Home-Deko. Wie viel Kohle haben wir? 80. Möbel. Ein Bett. Was? Warum ist das so teuer? Stereo. Kacke, wir können uns nichts leisten. Ey, nicht mehr so einen Kack-Teppich können wir uns kaufen. Eine Pflanze? Yeah, 80 kostet die. Und die kostet 120. Dann kaufen wir mal die. Wir haben unser letztes Geld für eine Pflanze ausgegeben. Dann fahren wir mal nach Hause. Oder zur Arbeit. Denn wir brauchen ein bisschen Kohle. Los, komm. Ich finde, wir sind geil aus. Wie teuer ist es, unser Auto noch weiter aufzutunen? Das wäre nämlich geil. Upgrade. 150, das haben wir doch. Nice. Oh ja, sieht auf jeden Fall krass aus. Können wir noch mehr Steroide nehmen? Nee, dafür haben wir kein Geld. Mist. Ja, dann gehen wir mal wieder, ne? Unsere Kacke sieht so kacke aus. Wir können nicht mal komplett trainieren gehen, weil wir kein Geld haben. Masse, komm. So wenig. Ich glaube, wir gehen einfach schlafen. Tatsächlich können wir mit 10 Dollar nichts machen. Außer warten. Dann fahren wir ein bisschen hin und her, damit die Zeit umgeht. Damit wir zur Arbeit können. Okay, jetzt schnell zur Arbeit. Bisschen Cash verdienen. Ein nicer Typ wie wir kann nicht arm sein. Dafür können wir uns jetzt ziemlich viel Scheiße kaufen. Tanning auf jeden Fall. Das höchste. Geil. Look ist komplett einfach. Dann gehen wir mal noch ein bisschen trainieren. Zwei Stunden schnell los. Und ein bisschen Masse haben wir auf jeden Fall. Das war echt nicht viel. So, und jetzt essen wir mal schnell was, damit wir feiern gehen können. So, Clubbing. 100 Euro haben wir mal auf den Kopf. Heute wird unsere Nacht. Ich spüre es. Ja! Schau wieder, die gleiche mit dem gleichen Typen. Wir kaufen mal Steroide. Dinge, die man halt so macht um halb zwölf. 120. Scheiße, können wir uns noch die Kackpillen kaufen? Was gibt's hier noch? Nichts. Es gab ja nichts für das Geld. Pimp Crip haben wir nicht so viel. Das muss sich ändern. Aber ohne Geld ist das schwer. Na gut, gehen wir mal arbeiten. Wie man sieht, fährt der auch einfach ohne zu lenken. Dann steht immer nur so da. So wie die coolen Leute halt. Ich stehe persönlich jetzt auch immer so rum. Dann wissen die Leute, oh, der ist krass. Gut, dann kaufen wir uns mal einen Scheiß. Ich möchte jetzt einen größeren Fernseher haben. Das ist ja krass, dass du den kaufen wir mal. Und so wenig bringt das. Das hat ja gar nichts gebracht. Dann müssen wir uns noch mal ein bisschen Solarium kaufen. Bringt das überhaupt noch was? Wir gehen mal trainieren. Und dann ist wieder Feiern angesagt. Schnell mal trainieren. Und Masse. Korrekt. Pimp Crip ist echt am schwersten aufzubauen. Schnell mal snacken. Haben wir überhaupt so viel Geld? 10 Dollar. Davon können wir gar nicht feiern gehen, glaube ich. Aber da ist unsere neue Glotze. Geil. Wir können nicht feiern gehen, weil wir kein Geld haben. Kacke. Ja, dann gehen wir mal schlafen. Können wir überhaupt irgendwas machen? Ich glaube, wir können nicht mal trainieren, oder? Nee. Scheiße. Irgendwas beim Friseur oder so gab es noch was für 10 Euro. Welche Frise ist denn geil? Die, komm. Die gönnen wir uns noch. Mit dem letzten Geld. Wir sehen auf jeden Fall geil aus. Wir müssen arbeiten gehen, sonst haben wir kein Geld. Die Zeit wird langsam knapp. Wir haben nur noch zwei Tage. Auf jeden Fall ist das Cash jetzt am Start. Und keine Energie mehr. Okay, wir kaufen uns mal Steroide direkt. Wir kaufen uns einfach die teuersten. Ich meine, viel hilft ja bekanntlich viel. So, und damit gehen wir jetzt schnell trainieren. Wenn das jetzt nichts bringt, ne? Dann weine ich. Und? Ja, geil. Das hätten wir vielleicht öfter machen sollen. So, jetzt snacken wir noch schnell was. Okay, das bringt gar nicht mal so viel. Aber für mehr haben wir jetzt kein Geld. Und dann können wir gleich feiern gehen. Okay, los geht's. Für 40 Dollar. Ja, mehr haben wir nicht. Scheiße. Vielleicht kriegt man auch für 40 Dollar irgendwie noch rum. Wir feiern auch immer bis Punkt 3 Uhr. Dann ist Ende. Ja. Nice. Oh, vorletzter Tag. Was machen wir jetzt noch? Wir müssen erst mal... Haben wir überhaupt noch Geld? Null. Scheiße. Wir können nichts machen. Warum kann man denn nicht so eine Mitgliedschaft im Gym kaufen? Warum muss man denn da jedes Mal zahlen für? Ja, ansonsten Pimp Crypt haben wir halt kaum. Aber wir haben halt kein Geld dafür. Style ist sehr gut. Energy. Ja, können wir aufladen. Maste ist auch nicht schlecht. Und Tuned Car ist auch ganz gut. Chickscore ist natürlich überragend. So, und wir gehen mal direkt arbeiten, damit wir richtig viel Kohle haben. Vorletzter Tag. Wir müssen richtig reinhauen noch. Wir müssen alles an Kohle raushauen, was geht. 400 Dollar. Korrekt. Und wir haben kaum noch Energie. Nein. So, jetzt schnell zum Shopping. Und ein paar Steroide kaufen. Die für 300, damit wir nochmal ordentlich reinkloppen. So, dann fahren wir trainieren. Schnell noch zwei Stündchen. Mal gucken, ob wir schon voll sind. Ne. Okay, aber fast. Naja, immerhin fast. Wie viel Kohle haben wir noch? 60. Boah, sehen wir kacke aus. Ja, wir kaufen uns mal dieses Meal-Ding hier. Okay, das war nicht so clever. Wir hätten lieber das andere kaufen sollen. Boah, sehen wir scheiße aus, Alter. Und jetzt gehen wir mal klubben. Boah, für 40 Dollar. So, die letzte Kohle haben wir auf den Kopf gehauen. Keine Energie mehr. Aber immerhin noch eine geklärt, Mann. Ja. Okay, der letzte Tag. Wir müssen arbeiten gehen. Wir haben kein Geld mehr. Wir haben halt null Geld. Hätten wir noch vier Tage mehr Zeit gehabt. Ich glaube, wir hätten es gepackt. Jetzt müssen wir am letzten Tag arbeiten noch. Und der halbe Tag ist jetzt schon rum. So, was machen wir jetzt? Ich glaube, am besten gehen wir mal shoppen. Wie teuer ist das Car-Tuning? 250. Das können wir uns noch kaufen. Nice. Sieht geil aus. Flügeltüren, geil. Steroide. Können wir uns die noch leisten? Ja, 80. Vielleicht kommen wir noch auf volle Masse. Dann gehen wir mal trainieren. So, wie viel Kohle haben wir noch? 70. Gehen wir mal für 40 trainieren. Ah, das war, glaube ich, dumm. Das war dumm. Kacke. Nein, jetzt haben wir nur noch 30. Und keine Energie. Kacke. Können wir überhaupt irgendwas machen? Mit 10 Dollar können wir nicht feiern gehen. Nein. Nein. Kacke. Ja, aber wir können nicht feiern gehen, weil wir kein Geld haben. Wir können nicht feiern gehen. Scheiße. Ja, dann gehen wir mal schlafen. You lose. You're not ready for the Beach Party. Scheiße. Oh man, ich habe alles versucht, aber es ging nicht. Wir haben den entscheidenden Fehler am Ende gemacht. Aber ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Und deshalb würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Und ihr würdet mir echt helfen, wenn ihr das Video mit euren Kollegen teilt. Da unten könnt ihr kostenlos abonnieren, damit ihr auch weitere Videos nicht verpasst. Haut rein. Bis morgen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.